Einen, der verabschiedet wird. Mark Haider ist hier eine Legende, der ist total locker. Aber Flotti, auch mit einer Würdigung von dir bitte versehen die Frage, machst du das heute vor einem Spiel, wenn noch zwei Relegationsspiele folgen könnten? Das könnte ein Statement sein. Er hat diesen Abschied auf jeden Fall verdient. Er macht nach Hause, er hat vielleicht den coolen Eindruck. Jetzt sehe ich aber die Tränen, da läuft mir auch einen kalten Rücken runter. Super Mensch, super Typ. Natürlich, was er auch für den VfL geleistet hat, aber da siehst du auch, Familien, Menschen sind ganz, ganz wichtig. Ja, ich habe hier selber Gänsehaut. Ja, das muss er heute mit schleppen. Wahnsinn. Da muss man, selbst als hartgesottener Journalist, zwei-, dreimal schlucken.